Mein Name ist Stefanie Kunze und ich komme aus der Nähe von Mannheim, von der schönen Weinstraße und bin heute hier, um eine Stunde vorzustellen mit dem Pilates Balance Ball. Und dann spürt ihr das eigentlich recht flott selber. Ihr seid da alle schon ganz nah dran. Und nochmal den Fuß, die Zehen Richtung Gesicht ziehen, ranholen und nochmal ganz deutlich die Zehen zum Boden. Fußflex. Und mal so richtig schön in die Rotation kommen. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und ab. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Prima!